blut weg warse so da ist unser boot also nochmal vielen lieben Dank Lucia an der Stelle es ist zu schwierig und mal wird jetzt immer wird man überrascht hier im game ich würde mich auf jeden Fall freuen wenn du das weiterhin so aktiv auch machst was haben wir denn hier? oh mein Gott was ist denn hier noch? hier war ich ja noch gar nicht Aber die magische Lampe funktioniert nicht. Doch, ich glaube, wir waren mit der Hexe drin. Ist das das, wo wir mit der Hexe waren? Ich glaube schon. Ich gehe da jetzt nicht rein. Ich habe keinen Bock auf Dunkelheit gerade. Das ist mir zu gruselig. Auf jeden Fall, mein lieber Uzi. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und, ähm. Gegebenenfalls. Ich habe jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht jemanden, die ich steuere, die Dinger. Hm. Schneller segeln, halten, umschalten, links. Ich bin auf dem Wasser. Gut, da sind aber viele. Er funktioniert nur in einer Richtung. Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meine Beispiele in die Krufe schauen. Oh, shit. Deiner, was? Meiner bleibt nicht die Situation. Wunderbar. Was sollte denn das sein? Das Brot ist beschädigt. Na, das ist ja nicht so gut. Hätten das mal vielleicht ein bisschen anders abpacken sollen. Bist du schon auf der Insel? Ja, ja. Oh, shit. Ich lasse mich überhaupt nicht ran. Oh, Gott. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Fuck. Fuck. Oh, sind sie eklig. Sie sind voll wie die Blauter von Left 4 Dead 2 oder Left 4 Dead 1 oder was auch immer. Boah, sind sie widerlich. Und die Musik ist schön. Leckt leider immer noch. Auch morgen. So, Freunde der elektronischen Tanzmusik und der Videospielunterhaltung. Ich gehe jetzt gemütlich mein Bett kriechen und ganz lange schlafen. Viel Spaß euch noch. Vielen lieben Dank, Brüderchen. Hau rein. Schlaf dich aus. Und, ähm, jo. Lasst doch einfach nochmal einen lieben Gruß an den General da. Einen guten Nachtgruß. Wenn ihr mögt. Und vielleicht seht ihr den einen oder anderen ja auch nochmal beim nächsten Battlefield 4 Squad up. Je nachdem, wie lange er schläft. Aber, boah, sieht das gruselig aus hier alles. Oh, oh. Sollen wir vielleicht mal... Können wir hier meditieren? Ist das möglich? Wenn so... Of course I'm gonna do it. It actually works. Right in the middle of them. Hehe. Schön. Ja, Mann, Knallkopf, das ist echt ärgerlich. Ich verstehe es gar nicht, weil es ja schonmal bei den anderen Sachen ging es ja immer, ne? Da habe ich angetäuscht. Komm her. Wie, das ist so fett wie der mit dem... Wenn es einen Katana gibt, ich flipp komplett aus, wenn es einen Katana geben sollte. Ohne Mist. Ich flipp komplett aus. Das ist einfach... Oh, mein Gott. Sorry, ich bin heute echt ein bisschen vorsichtiger. Was das ganze Sterben und Ableben anbelangt. Oh, Gule hat man auch lange nicht mehr. Komm schon. 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 No, you stop that. Okay. 100 Mal reported. Aber reported klingt eher so, als wäre das was Negatives. Oder dass es nicht funktioniert bei mir einfach. Katana, which sounds logic. Ey, wie viele sind das? Ach du Scheiße. Verwendet die magische Lampe, um Geister zu finden. Was ist das für eine Lampe? Also wie... Was für Geister? Oh Gott. Das sind viel zu viele. Oh Gott. Das sind viel zu viele. Jetzt mal ohne Mist. Ich mach mir gleich in die verfickte Hose. Ich mach mir gleich in die verfickte Hose. Oh shit. Oh fuck, sind das viele. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh crap. Oh shit. 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 Ich verpiss mich von hier. Ich will die Geister gar nicht finden. Ich bin froh, wenn ich hier wieder raus bin. Mach die Lampe jetzt weg. Da leuchtet was. Oh Gott, ich find sie doch. Und hat keine Ahnung, dass wir ihn gleich in Fetzen reißen. Die Luft ist rein, Jungs. Los jetzt. Mhm. Okay. Das heißt, man sieht die theoretisch auch. Also wir könnten jetzt hier noch die ganze Area... ...um noch zusätzlich Erfahrung zu kriegen. Schätze ich mal. Ich muss mich gerade hinsetzen. What? Ich hab da was gehört. Eine frische Leiche. Er muss eine Weile nach dem Tod des Adeligen gekommen sein. Mod-Teamwork. Ja, so soll's ja sein. Im besten Falle. Weil diese Fliegen da, die sehen voll widerlich aus. Jetzt mal ohne Mist. Oh, you fucking bitch. No, no, no. Kann man jetzt mit Igni einfach wegbrutzeln hier, die Fliegen? Die sind voll ranzig, die Fliegen. Was liegt da für ein komischer Blob? Ach, das ist gar kein Blob. Das ist eine Flasche. Ich dachte, das sähe aus wie ein Blob. Ich gehe natürlich erst mal drum rum. Das ist schon cool gemacht, eigentlich. Hey, was seid ihr jetzt? Millie, wir müssen fliehen, schnell! Warum denn? Millie? Millie, was hast du? Millie, wir müssen fliehen, schnell! Millie? Millie, was hast du? Weiß nicht. So heiß. Es brennt auf. Nein, nein, bleib zurück. Verlass mich nicht. Neun, genau. Wird ich ja drei Fragen an Sila. Ah, wie ich das vermisst habe mit meinen Karotten hier, mit meinen süßen. Einfach nachts noch rumzuhängen, mit euch zu quatschen, ein bisschen rumzualbern und trotzdem noch nebenbei irgendwie eine geile Story zu erleben. Ich hoffe, es ist nicht zu viel rumgealbert gerade. Eee. Ach, wirklich? Töte, als auch Lebendige. Sie fressen... Ich würde die einfach alle... Mir egal. Ich hasse Ratten. Ich muss sie hassen, ich bin Hexer. Könnte eigentlich auch mal einer schießen. Warte mal. See ya. Sorry. Aber bevor die sich nachher alle noch verwandeln und mir irgendwie dann noch im Nachhinein irgendwas antun, mache ich die lieber gleich weg. Wo ist dieser Adelsfritz her? Hier liegt er. Mausetot. Der Kopf ist geplatzt wie ein fauler Kürbis. Schon mehr wie ein Bauer. Verteilt sein Blut und seine Scheiße überall. Hat sich ausgeadelt. Sie haben's zu schnell gemacht. Hätte mehr leiden müssen. Er ist nicht der Einzige. Die Söhne können für ihn leiden. Und die Tochter nach oben. Ich hab dich auch, wenn Miss Manny hatte ja ein bisschen Beef mit. Och, oh, wieso? Navid. Navid, hallöchen, mein Lieber. Grüß dich, hallöchen. Was ist da los? Also ich will jetzt nicht hier groß irgendwie, äh, hier, ne, ich will mich da auch gar nicht einmischen. Aber wenn du, wenn's da irgendwie, ich hoffe ihr habt's geklärt. Ich hatte ja auch kurzzeitig mal irgendein, ne, Beef würde ich's nicht nennen, aber wir hatten ja auch mal so ne. Mach doch mal jetzt hier. Oh, lucky you. Alright, I let you live. No. He did not let him live. Wer klopft denn da? Hallo? Äh, Angst? Scheiße in der Buchse? Pfff. Oder so?